Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. In der heutigen Folge sprechen wir über die Libra-Anhörung vor dem US-Senat bzw. vor dem Kongress. Wir sprechen über die Schweiz bzw. eine Organisation in der Schweiz, die sagt, Libra hat uns noch nicht oder Facebook hat uns noch nicht kontaktiert. Der Deutsche Bankenverband meldet sich auch zu Libra. Dann schauen wir uns Grin an, die Kryptowährung und noch ganz kurz Huobi mit einer neuen Stablecoin. Bevor ich es vergesse, heute Abend kein Livestream. Wir werden den Livestream am Sonntagabend machen, wahrscheinlich 19 oder 20 Uhr. Ich werde euch das Ganze sehr wahrscheinlich morgen mitteilen. Wir springen in diese erste News-Story und zwar geht es um Libra, Libras-Anhörung, die man by the way auch noch nachschauen kann. Ich habe es gestern einigermaßen live verfolgen können. Das Ganze ging zwei bis vier Stunden, stand Facebooks David Marcus wieder für Fragen da und dann gab es noch ein separates Panel, das etwa auch eine Stunde ging oder eineinhalb, bei welchem fünf Leute sich dazu bereit erklärt haben, Fragen zu Kryptowährung bzw. zu Libra beantworten. Die sind aber nicht von Facebook gekommen und es war eine ziemlich interessante Diskussion. Jetzt, es gab ein paar spannende Fragen und der Grund, wieso ich dieses Thema immer wieder erwähne, ist ganz einfach. Durch Facebook und durch Libra hat die Kryptosphäre eine Aufmerksamkeit bekommen, die wir so noch nicht hatten. Es ist meiner Meinung nach auch extrem wichtig, dass Leute wie David Marcus vor dem Kongress dort stehen und sitzen und die schwierigen Fragen der zum Teil der Demokraten und Republikaner dort beantworten. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber die haben ja gar keine Ahnung und die werden dezentralisiert und so weiter und so fort. Jein. Also rein ideologisch gesehen, denke ich, wird es noch einen Schritt gehen, bis wir komplett dezentralisiert sind etc. Der Staat wird das nicht einfach so erlauben. Das heißt, das Wichtigste, was wir jetzt machen müssten, ist mit dem Staat zu sprechen und den Diskurs zu suchen und auch vor allem versuchen, einen Konsens zu finden. Und das versucht David Marcus jetzt gerade. Jetzt, er versucht es für Libra. Wir sind viele hier, sind nicht Fans von Libra. Und auch einige der Abgeordneten haben ziemlich schwierige Fragen gestellt, namentlich eines, was Facebook quasi bekannt gemacht hat im Kongress, ist natürlich das Verachten von Datenschutz und Datenprivatsphäre. Und einige Abgeordnete sagen da halt, ja okay, ihr habt gerade eine 5 Milliarden US-Dollar Strafe bezahlt und wieso sollten wir euch jetzt glauben? Und wieso sollten wir euch jetzt dieses wichtige Gut, dass das Geld ist, die Geldpolitik fast schon, obwohl David Marcus ganz klar sagt, in die Geld- oder Währungspolitik wollen sie sich nicht einmischen, wieso sollten wir euch jetzt vertrauen? Das sind so einige Fragen. Es gab auch sehr, ich sag mal, simple Fragen bezüglich Unterschiede, bezüglich einer echten Kryptowährung und Libra und wer hat Kontrolle über was und wie wird es gestartet etc. Aber einige Fragen, wie gesagt, finde ich absolut legitim und man muss das auch respektieren. Also das war nicht einfach, vor einem Kongress zu sitzen und da entsprechend Fragen zu beantworten. Auch das Panel danach, sehr spannend, eben eineinhalb Stunden und da wurde nochmal ganz stark gegen Libra argumentiert, mehrheitlich. Auf der einen Seite ein bisschen über Innovation gesprochen, aber auf der anderen Seite auch ganz klar die Differenzierung zwischen Libra und einer Standard-Kryptowährung, wie zum Beispiel Bitcoin gemacht. Interessanterweise ist hier auch rausgekommen, dass die Schweizer, die eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten, das EDIB, noch nichts von Facebook bzw. Libra nicht gehört hat, sondern eher nicht kontaktiert wurde. Einer der Argumente oder einer der Fragen war, wieso wurde die Libra-Stiftung in der Schweiz gegründet und David Marcus hat halt gesagt, die Schweiz bzw. in Genf ist ein internationaler Ort und eignet sich gut für solch eine Organisation. Aber da ist natürlich wieder die Frage, ja, wurde mit der Schweizer Regierung zusammengearbeitet bzw. sind die informiert und jetzt sagt eben Hugo Wieler, er ist der Sprecher und Kommunikationsleiter des EDIB, dass noch niemand von Facebook sie kontaktiert habe. Sollte es aber soweit kommen, werden sie natürlich mit Libra oder mit Facebook zusammenarbeiten müssen. Libra oder Facebook hat bis jetzt auch gesagt, dass die FINMA kontaktiert wurde in der Schweiz und dass Libra beaussichtigt wird von der FINMA. Auch der Deutsche Bankenverband hat sich dazu gemolden und ihr seht schon, also es sind wirklich, es ist eine Aufmerksamkeit in der Kryptosphäre, die wir so noch nicht hatten. Und ich denke, das ist eine extrem wichtige Zeit und die richtigen Leute müssen da an den richtigen Stellen entsprechende Argumente bringen, wieso Facebooks Libra eigentlich nicht eine globale Währung werden darf und wieso eine Währung wie Bitcoin entsprechend da vorangetrieben werden müsste. Also der Bankenverband versucht hier so ein bisschen zu erklären, was Libra ist, wie stabil das Ganze ist und ob es Auswirkungen auf die Finanzstabilität hat, was genau das Ziel ist etc. Es ist eigentlich nochmal das White Paper zusammengefasst, also für die Leute, die das White Paper von Libra noch nicht gelesen haben, ist dieses Dokument vielleicht gar nicht mal so schlicht. Jetzt gehen wir weg von Libra, wir sprechen über die Kryptowährung Grin. Grin, sehr viele Leute, immer wieder interessiert da, ich möchte noch eine Analyse dazu machen, bin aber noch nicht dazu gekommen. Grin hat den Vorteil, dass sie Privatsphäre fokussiert ist und hatte gestern einen ersten Hard Fork auf dem Mainnet gestartet. Das heisst, wir haben hier, das ist hier der Block bei 262.080, hier gab es den Hard Fork, ging alles mehr oder weniger gut. Was ich fast spannender finde, ist hier die Geschichte, dass es keine sogenannten Application Specific Integrated Circuits, das ist spezialisierte Schürf-Hardware, sogenannte ASIC-Miner, für Grin produziert wird. Das heisst, man kommt natürlich von der Krypto-Perspektive und sagt, ja okay, wir sind Grin und wir haben es geschafft, dass noch keine ASIC-Miner produziert wurden. Jetzt würde ich aber behaupten, und ich weiss natürlich, dass das Grin das spezifisch schwierig macht, sodass es eben nicht so einfach wird, die Kryptowährung zu meinen, würde ich aber trotzdem behaupten, dass das Interesse noch nicht gross genug ist, um effektiv die Schürfer, die Miner auf den Plan zu rufen und entsprechend ASIC-Miner spezifisch gegen oder für Grin zu produzieren. Von daher würde ich da noch ein bisschen vorsichtig sein, bezüglich, wir haben kein ASIC-Mining entdeckt, natürlich nicht, weil grundsätzlich das Interesse dafür oder die Profitabilität sich noch nicht bestätigt hat. Das ist eben das Problem mit neuen Kryptowährungen, es braucht ein generelles Interesse. Ich sage immer, selbst die Top 100 sind meiner Meinung nach nicht sicher davor, dass man sie wahrscheinlich in drei bis fünf Jahren, dass das Interesse einfach weggeht. Ich glaube, dass die Top-Kryptowährungen weiterhin steigen werden, dass sie sich entsprechend entwickeln werden, aber alle anderen, die werden ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und dann sprechen wir noch von Huobi. Die Huobi-Börse, gegründet in China, momentan in Singapur angemolden, wird das sogenannte HUSD-Token, also eine Stablecoin oder eine Kryptobörsencoin, rausgeben. Das Ziel ist, dass man zusammen mit Stable, Universal, Limited und interessanterweise mit Paxos Trust Company, also mit Paxos, der Krypto, die einige von euch auch schon kennen, eine separate Stablecoin rausbringen möchte. Ziel davon ist es eigentlich so, den Bereich abzudecken, den Tether nicht so richtig abdecken kann, nämlich den regulierten Stablecoin, den kontrollierten und auditierten Stablecoin-Bereich. den Tether nach wie vor irgendwie nicht richtig anfassen möchte. Das heißt, das Ziel ist es, dass Huobi da mit diesem Token eine gewisse Stablecoin in den Markt bringen kann, welche man vertrauen kann. Diese wird von der Organisation New York State Department of Financial Services auch entsprechend reguliert. Das heißt, die US-Dollar, die ausgetauscht werden gegen den HUSD, werden auch 1 zu 1 gehalten. Das ist eigentlich eine gute Sache. Wir brauchen mehr solche Coins und weniger Coins wie Tether. Nach wie vor haltet sich Tether aber entsprechend stark im Markt. Das war es von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert auch den Podcast. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.